Na, ich würde sagen, heute versuchen wir einfach mal ein neues Format. Hey, Dominik, der Bärbinger Ritter hier. Heute möchte ich mal ein neues Format mit euch ausprobieren. Und zwar möchte ich einfach mal vor der Kamera sitzen und einfach über irgendein Thema quatschen, was mich gerade so interessiert. Bezug natürlich immer Living History, Reenactment, Schwerpunkt Mittelalter, 13. Jahrhundert, weil das ist halt, was ich hauptsächlich mache. Aber die Themen können ganz weit gestreut sein. Manchmal ist es auch einfach nur meine Meinung, manchmal mein Gedankenbrei dazu. Und ich möchte einfach mal raus zu euch streuen und vielleicht ist für den einen oder anderen eine Anregung, vielleicht auch nicht. Der eine wird meine Meinung teilen, der andere nicht. Aber wir wollen einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Ihr könnt in den Kommentaren dazu dann natürlich euch auch ein bisschen auslassen. Und wenn das Thema dann diskussionswürdig ist oder eine Diskussion zustande kommt, dann können wir das vielleicht nochmal in einem neuen Video aufgreifen und so weiter. Heute möchte ich mal starten mit einer Sache, die vor allem jetzt, seit ich diesen YouTube-Kanal betreibe, immer mal wieder hochgekommen ist. Aber auch vorher schon in diversen Facebook-Gruppen oder davor noch im Internet vorne, als das noch mehr die aktive Seite war für die ganze Geschichte, kam immer mal wieder auf, ja, muss es denn historisch korrekt sein? Muss man es denn authentisch machen? Muss es eine historische Darstellung sein? Damit ist natürlich jetzt Reenactment, Living History, alles zusammen einfach. Deswegen einfach kompakt gesagt, historische Darstellung. Muss es eine historische Darstellung sein? Muss man sich an Quellen orientieren? Kann man nicht einfach auch Mittelalter machen? Und die einfache Antwort dazu ist eigentlich, ja, könnt ihr machen, wenn ihr Spaß dran habt. Oft wird ja der Abhabszene vorgeworfen, wir haben ja keinen Spaß und wir nehmen immer alles so ernst und es wird nur kritisiert und gemängelt und kleiner Spoiler, das ist gar nicht so. Man hat auch, wenn man sich auf einer historisch korrekteren Ebene bewegt, verdammt viel Spaß, ja. Warum machen wir das aber trotzdem? Also, eigentlich möchte ich schon mal damit anfangen und erstmal von vornherein das Statement rauslassen, dass historische Darstellung einfach nicht für jeden das Richtige ist. Ist es einfach nicht. Wir haben alle verschiedene Beweggründe, warum wir das machen. Ein Irrglaube, dass es auch nur ein Mittelalter-Hobby gibt und wir machen da alle unser Ding und dann halt auch verschiedene Qualitätsstufen und so weiter, ist auch meiner Auffassung nach, ehrlich gesagt, totaler Quatsch, weil es gibt nicht ein Mittelalter-Hobby. Es gibt Leute, die machen Green Actman, Schrägstich Living History. Es gibt Leute, die nähern sich daran an, machen aber nicht wirkliche Quellenrecherche und versuchen nicht historisch genau an die Sache möglichst ranzugehen, sondern so grober Look passt. Dann gibt es Leute, die einfach, ja, ein Fantasy-Mittelalter machen, die vor allem Märkte besuchen und denen reicht das. Und dann ist man halt gesellig zusammen, besucht den Markt und so weiter. Oder vielleicht ist man auch vor Ort als Darsteller mit Zelt und so weiter und macht vielleicht nur ein bisschen Publikumsachen und so weiter. Da gibt es wirklich ganz verschiedene Ansätze und ich möchte den Rahmen jetzt nicht sprengen. Ich will immer versuchen, dass diese Videos so vielleicht maximal 15 Minuten, vielleicht auch mal 20 Minuten lang sind. Auf jeden Fall, die Leute gibt es. Und auch in einer von diesen Szenen gibt es ziemlich viele, ja, unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Sachen machen und eigentlich auch unterschiedliche Hobbys haben. Von außen betrachtet wird es natürlich gern zusammengeschmissen, ja, ihr macht alle im Mittelalter. Ja, machen wir aber nicht. Jeder macht da irgendwas anderes. Und wenn wir jetzt damit anfangen, muss es immer historisch korrekt sein, muss es immer eine historische Darstellung sein, muss, kann ich nicht einfach so Spaß haben. Na klar kannst du. Aber im Endeffekt, das liegt an dir. Das liegt daran, was möchtest du machen, was ist dein Hobby, was fasziniert dich an der Geschichte, warum machst du das? Am Ende vom Tag, von außen betrachtet, verkleiden wir uns am Wochenende immer in komischen Klamotten und spielen Mittelalter. Das ist es erstmal von außen betrachtet. Und da wird es nämlich auch schon gefährlich. Ich vertrete ja hier auf diesem Kanal die historische Darstellerseite. Ihr wisst, das ist, was ich mache, was mir Spaß macht. Und der Fakt, auch Wissen an die Leute zu bringen, richtiges Wissen über das Mittelalter an die Leute zu bringen, ist zum Beispiel jetzt einer dieser Punkte, die mir in dem Hobby verdammt viel Spaß machen. Ich mache gerne Displayarbeit, ich mache gerne Vorführungen, ich zeige gerne Zuschauern verschiedene Sachen, ich erkläre was dazu und so weiter. Das macht mir Spaß. Und ihr wisst ja, so meine Steckenpferde sind Ringpanzer und Kleidung. Das sind so die zwei Sachen, in denen ich relativ gut bin fürs 13. Jahrhundert. Wohlgemerkt, 13. Jahrhundert. Wenn wir jetzt über 14. bis 15. reden, wird es bei mir schon wieder ganz viel gefährliches Halbwissen. Aber in diesem kleinen Bereich macht mir das unwahrscheinlich viel Spaß und unwahrscheinlich viel Spaß mit Publikumsarbeit. So. Dann kommen natürlich noch die Faktoren dazu, dass es mir Spaß macht, Kleidung zu rekonstruieren. Mir macht es Spaß, Ringpanzer zu rekonstruieren. Mir macht es Spaß, ja, in gewisser Weise Mode und Schmuck und das ganze Zeug dazu auch noch zusammenzupassen und halt ein stimmiges Bild abzugeben für eine bestimmte Zeit, für einen gewissen Stand und so weiter. So. Das ist jetzt meine Auffassung des Hobbys. Nebenbei interessieren mich halt noch die ganzen anderen Sachgegenstände aus der Zeit. Ich habe ein unwahrscheinliches Keramik-Fable. Ich habe viel mehr Keramik, als ich jemals benutzen werde, einfach nur, weil ich sie cool finde. Manchmal passt sie auch nicht jahrhundertmäßig genau, aber ich finde sie halt cool und benutze sie dann halt nicht für die Darstellung, sondern vielleicht habe ich sie auch nur rumstehen oder was auch immer. Das kann man jetzt noch viel weiter spinnen. Also das ist auf jeden Fall, was mir Spaß macht. Mir macht Spaß, in einem gewissen Rahmen richtige Weise Sachen zu rekonstruieren, die zu tragen, das zu zeigen und das an Leute weiterzugeben und denen zu zeigen, dass nach gewisser Quellenarbeit, nach gewissen Belegen, nach Funden, das Mittelalter zu einem gewissen Prozentsatz so ausgesehen hat. Hundertprozentig sicher können wir uns ja nie sein, die große A-Keule, ihr wisst es ja, aber das macht mir Spaß. So, habe ich jetzt schon dreimal gesagt oder so, aber das macht mir Spaß. Alles außenrum macht mir natürlich auch Spaß. Ich bin unwahrscheinlich gerne mit meinen Jungs unterwegs, die Geselligkeit, ich habe unwahrscheinlich viele Bekannte und Freunde, die das Hobby mit mir teilen, mit denen trifft man sich gerne, mit dem Quatsch, man tauscht sich aus und so weiter. Und wir quatschen auch natürlich nicht nur die ganze Zeit über Mittelalter-Gedöns, über Quellen und Belege und Funde und whatever, sondern wir quatschen auch einfach mal so. So, wir sitzen abends zusammen, trinken mal ein Bierchen, unterhalten uns einfach. So, das macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß, ist aber nicht das Kernhobby von mir. Das ist ein schönes Beiwerk, das kommt dazu, das macht super Spaß, aber ich mache Mittelalter, weil ich eben möglichst genau eine gewisse Zeit und so war alles davor, was ich schon gesagt habe, darstellen möchte. Das macht mir Spaß. Und wie ich angefangen habe, waren wir auch ganz viel auf normalen Mittelalter-Märkten unterwegs. Also dieses ganz normale, in irgendeiner Stadt, Marketing, man fährt da hin, man spielt cooles Mittelalter, zeigt den Leuten was und so weiter. Im Endeffekt, was wir jetzt auch machen, nur von der historischen Seite her gesehen auf einem viel kleineren Level. Wir haben alle mal irgendwie angefangen, das war am Anfang bei uns auch ganz wilde Sachen, die wir dafür richtig gehalten haben und so weiter. Ja, aber jeder startet mal irgendwie. Der eine auf einem höheren Level, der andere auf einem niedrigen Level, wenn man jetzt auf einem historischen Ranking geht. Ja, und dann gibt es halt die Leute, denen einfach dieses Marktding Spaß macht. Ja, also so dieser Fantasy-mäßige Mittelalter-Look. Also teilweise ist es ja auch nicht nur so Game of Thrones oder Vikings-Fantasy-Zeug, sondern teilweise ist es ja auch, dass es schon halbwegs richtig aussieht, aber dann in den Details scheitert es halt an historischen Korrekter, an Material, an Schnitt, an einer Kombination aus verschiedenen Sachen und so weiter. Ist jetzt egal. So. Oder als fantastisches Spektakel oder wie auch immer. Mittlerweile fangen ja viele Veranstalter an, sich auch bewusst davon abzugrenzen, das als normalen Mittelalter-Markt zu nennen oder als setzebeliebiges Datum fest zu irgendeinem Jubiläum mit Mittelalter-Charakter halt. Und dann ist es halt aber eigentlich das normale Marktzeug. Oft werden ja jetzt auch Fantasy-Namen benutzt und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Auf jeden Fall, Besucher, die von dieser Thematik nicht wirklich Ahnung haben, kommen halt hin. Und sobald ihr denn Klamotten unterwegs seid, egal ob ihr da jetzt Darsteller seid mit eurem Zelt, fest auf der Veranstaltung für drei, vier Tage oder ob ihr nur als Besucher da seid, einen Tag, läuft den Klamotten halt über den Markt. Die Außenwirkung auf die Leute ist, ihr wisst, was ihr da macht. Ihr seid Professionals. Also oft wird ja auch geglaubt, dass wir engagiert sind, dass das quasi unser Beruf ist, dass wir nichts anderes machen außer so Marktdarstellungszeug und so weiter. Manchmal ist ja auch gebucht, das kommt auf die Veranstaltung drauf an, aber die Außenwirkung ist immer, ihr seid Profis. Ihr seid Profis, ihr wisst, was ihr da macht. Ihr habt Ahnung von Mittelalter und alles, was ihr da sagt, wird zum großen Teil auch nicht hinterfragt. Und wenn ihr was erzählt, wird das aufgenommen wie im Mittelalter war das so. Und eine Sache, die nämlich viele Leute halt überhaupt auch nicht auf dem Schirm haben und als ich damals angefangen habe, war dieser Bereich bei mir auch noch sehr begrenzt. Das hat ein bisschen gedauert, bis mir das selber so bewusst wurde, dass es ja nicht das eine Mittelalter gab. Dass es Zeit und Region und so weiter unwahrscheinlich differenziert sein kann. Und wenn ich jetzt 11. Jahrhundert und 15. Jahrhundert vergleiche, Mode, Gegenstände, alles einfach, das sind zwei Welten. Das ist ein brutaler Unterschied. Aber für die Leute ist das alles halt Mittelalter und halt auch alles ein Mittelalter. Und egal auf welcher Ebene ihr jetzt unterwegs seid, ob ihr eben einfach nur Spaß auf dem Markt habt oder ob ihr eine historische Darstellung macht, für die seid ihr alle Profis. Und die glauben, dass was ihr erzählt, war so. Punkt. Punkt. Das typische Mittelalter Bullshit-Bingo kennt ihr ja auch. Ist das Feuerecht? Schlaft ihr hier wirklich? Blablabla. Und das zeigt ja auch alles, wie die Wirkung auf die Leute ist. Wenn sie euch halt so sehen. So. Und ihr könnt in eurem nicht-historischen Zeug natürlich Spaß haben. Ihr könnt auf Märkte gehen. Das kann unwahrscheinlich viel Spaß machen. Aber ihr müsst halt immer, wenn Fragen kommen, dann an der Stelle klar kommunizieren, dass das jetzt kein historisch gezeigtes Mittelalter ist, was ihr hier da macht. Und dann ist die ganze Sache okay. Dann könnt ihr Spaß haben. Und auch wenn ihr keine historisch richtige Klamotte habt, könnt ihr euch ja in dem Bereich auskennen. Also ich kenne einige Leute, die zum Beispiel jetzt auf Kleidung nicht so viel Wert legen, weil ihr Schwerpunkt, weil ihr Hobby ein anderes ist. Vielleicht interessieren sich die unwahrscheinlich für Kochen im Mittelalter über mehrere Jahrhunderte. Vielleicht interessieren die sich für Spiele im Mittelalter. Vielleicht für, ja, Rüstungen und Waffen. Oder, 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 oder. Oder Handwerk. Gürtel, Leder, Schmuck, Keramik, whatever. Eine Sache, ein Thema, da sind die mega gut drin, spezialisiert drauf. Das macht denen richtig Bock. Das ist ihr Hobby. Deswegen machen die das. Und das andere ist vielleicht Ballwerk. Sich dann in Klamotten werfen und das dann halt in Klamotten da machen, ist halt vielleicht das Ballwerk für die. Und der Schwerpunkt ist dann halt eben nicht die möglichst gute Kleidung. Oder die möglichst richtige Kleidung. Und vielleicht seid ihr auch an dem Punkt, dass ihr sagt, so, ja, Kleidung, Mittelalter, ein bestimmtes Jahrhundert interessiert mich überhaupt nicht so. Aber ich kenne mich aus mit Sätze XY. So, und das macht mir Spaß, das zu zeigen. Und vielleicht interessiert mich aber die Geschichte ja davon. Vielleicht bin ich interessiert, wie das Schmieden früher war. Und ich habe unwahrscheinlich viel Ahnung vom Schmieden und wie sich das über die Jahrhunderte verändert hat und so weiter. Aber der Rest ist mir halt nicht so wichtig. Dann ist aber das Wichtige, dass ihr das kommuniziert. Dass, wenn man über irgendwas redet, wenn euch Fragen gestellt werden zu manchen Sachen, dass ihr halt einfach kein Bullshit erzählt. Sondern einfach klar sagt, so, hey, pass auf, ich kann dir über Schmieden jetzt alles erzählen, was du wahrscheinlich wissen möchtest und noch viel mehr. Aber Klamotten im Mittelalter? Boah, keine Ahnung. Welche Schlacht da und da war? Boah, keine Ahnung. Wer in dem Jahrhundert das und das in Frankreich gemacht hat? Boah, keine Ahnung. Wie jetzt Schuhe konstruiert waren? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Klar kommunizieren, was ihr wisst, was davon richtig ist und was nicht. Das ist schon mal ein Punkt und damit sind auch schon viele Wogen wahrscheinlich geglättert. Und dieses normale Mittelalterzeug, auch ohne, wenn euch historisch so wirklich gar nichts interessiert. Ja, macht das doch, habt doch Spaß. Aber er verkauft nichts für Mittelalter, was es halt nicht war. Weil es gibt sowieso schon viel zu viel falsches Wissen da draußen über das ganze Thema. Und ihr glaubt gar nicht, auf was für Ideen manche Leute kommen, weil sie das mal irgendwo gesehen haben und das dann so weitererzählen. Und dann bekommen die Kinder irgendeinen Blödsinn erzählt, wie es Mittelalter früher war. Tatsächlich ein leidiges Thema, wenn man sich für das historische Mittelalter interessiert, da immer wieder gegen anzureden und anzukämpfen. Und wenn so ein Blödsinn halt auch weiter getragen wird, auch von Leuten, die es halt oft gar nicht böse meinen, ist halt echt so ein Thema, warum immer wieder so diese Fronten aufeinander knallen. Vor allem auch im Internet. Mittlerweile in den meisten, zum Beispiel Facebook-Gruppen, wird auch immer gesagt, wenn ihr was postet, schreibt ihr einen Anspruch dazu. Ich habe irgendwas gebastelt, ihr zeigt es, dann schreibt ihr einen Anspruch dazu. Was soll das sein? Soll das was Historisches sein oder nicht? Wenn nicht, have fun. Da wird euch keiner dafür runterbuttern, was ihr da gemacht habt. Da wird dann drüber geredet und was ihr gemacht habt, ist cool. Vielleicht wird ein bisschen drüber gequatsch. Wir, was gemacht hat, über handwerkliche Sachen, vielleicht kriegt ihr noch Tipps, wie ihr ein paar Sachen verbessern könnt oder whatever. Aber dieses typische, das ist ja kein historisches Mittelalter, das wird jetzt weggebasht, findet nicht statt, wenn ihr es nicht provoziert. Wenn ihr jetzt natürlich irgendein Fantasy-Zeug postet und sagt, das ist für einen Ritter 13. Jahrhundert, dann müsst ihr aber auch damit rechnen, dass ihr dann halt Gegenwink bekommt und einige Leute sagen, nein, das ist es nicht. Weil, Quelle, hier, da, wo sind deine Belege, woher hast du das und so weiter. Davor, wo viele immer Angst haben, was immer so verrufen wird, das wird nicht gemacht, wenn man klar kommuniziert, was es ist. Und wenn ihr das auch auf Veranstaltungen macht, auf Märkten und so weiter und jemand fragt euch was und ihr sagt, ganz klar, nee, das ist kein historisches Mittelalter, das ist halt, gefällt mir halt, sieht halt cool aus und ich mag vielleicht Serie XY und darum habe ich mich orientiert, ich fand den Film cool und daran habe ich mich inspirieren lassen. Der ist doch cool, macht doch, macht doch Spaß, ganz ehrlich. Da hat auch keiner was dagegen. Und wenn euch aber historisches Mittelalter interessiert, auf geht's, ja, dann fangt an mit Living History, fangt an mit Reenactment, lest euch in die Quellen an und gebt Gas und findet euren Part im Hobby und das macht unwahrscheinlich viel Spaß, ja. Ja, das ist eigentlich so, was ich loswerden wollte, dass dieses ewige, muss es historisch sein oder nicht, ein ganz klares Nein ist einfach. Ihr könnt machen, was euch Spaß macht, aber ihr dürft halt nichts verkaufen, als das, was es nicht ist. Und wenn ihr halt, ich nenne es jetzt einfach Fantasy-Zeug, weil es ist ja nichts Historisches, also es ist was aus der Fantasie heraus, wenn euch Fantasy-Zeug Spaß macht, ja, macht das doch, aber kommuniziert's, ganz einfach. Und wenn euch historisch Spaß macht, macht's historisch. Und dann ist doch alles gut, ja. Es gibt genug Veranstaltungen, die auf eine Sache spezialisiert sind, es gibt genug Veranstaltungen, die wirklich auf historische Richtigkeit achten, es gibt genug Veranstaltungen, was Fantasy-lastig ist, wo man machen kann, was man will. Und es wird auch nicht passieren, dass auf eine Fantasy-Veranstaltung irgendjemand kommt und mit dem erhobenen Zeigefinger auf euch deutet und sagt, was ihr für ein Blödsinn macht. Solange ihr nicht erzählt, dass das im Mittelalter so war. Dann haben wir wieder einen Punkt, wo halt die Fronten aneinander treffen und dann, ja, gibt's halt wieder den ewigen Ärger, der eigentlich ja gar nicht sein muss. So. Ich glaube, ich bin halbwegs in der Zeit. Das war's heute fürs erste Mal. Mit diesem kleinen Format, wo ich einfach ein bisschen frei quatsche und mir so meine Meinung von der Seele rede, die ich über manche Sachen habe. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir das Format vielleicht ein bisschen öfters. Ich habe noch einige Themen, über die ich eigentlich ganz gerne reden würde. Und jetzt über dieses Thema hätte ich, glaube ich, auch noch eine Stunde länger reden können und ausführlicher, aber ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Ihr findet unten in der YouTube-Beschreibung wieder ein paar Links. Das sind Amazon Affiliate-Links, wenn ihr über die was kauft. Ich werde ein paar Bücher verlinken. Dann unterstützt ihr den Kanal, damit und kaum einmal versuche ich, was freizusprechen, verplapper ich mich am Ende. Merkt ihr was? Naja, egal. Also, es sind Affiliate-Links, damit unterstützt ihr den Kanal. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch sehr gerne, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und, ich habe in Vorbereitung einen Spreadshirt-Shop mit ein paar Living History Reenactment-lastigen Shirts und natürlich ein bisschen Burbinger Ritter Merchandise. Also, falls ihr dem Burbinger Squad beitreten wollt, schaut doch in dem Spreadshirt-Shop vorbei, damit unterstützt ihr auch den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.